Hallo liebe Leute, willkommen beim 1119 auf der Stabenbach und heute sind wir wieder mal am See, am Rappsee. Weil das Heffel da hinten ist Hafer und das Stroh tun ich nachher rumpeln machen. Bleibt mir ja nicht alles übrig. Oh no! So, der wird rüber. Der Fähne hat mit der Sehmaschine auch was zu kämpfen, aber es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert ja. Ja, dann Papa muss da hinten sitzen. So, jetzt wieder hoch. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Da kommt, da kommt, da kommt. So, so, so. So, so. So, so. So, so, so. So, so. So, so. So, so. aber beim sie also egal was man ihr macht also weil wahrscheinlich wahrscheinlich die Vielen Dank. Und dann noch schnell Kühler fahren, nochmal hier drauf und ich hoffe, dass es mal funktioniert, dass ich direkt bei der Dingerstufe habe, weil bei Duck Angel muss ich dann nachher auch noch die Kohle, wenn ihr fragt, was ich mit der Kohle mache, weiß ich noch nicht, also wahrscheinlich soll ich jetzt sparen, 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 sparen. Eine wollte ich nur mit zwei Felder kaufen, eigentlich, aber mir fehlt danach. Weil eigentlich, wie viel kostet die? Ja, knapp die 200, ja, dann hätte ich nur 100.000. Könnte ich kaufen, ich sage, nur, was mache ich dann mit Baumwolle, weil das Baumwolle kriegt man genau null. Das heißt, ich müsste runterrufen oder runterflügen oder was nicht. Wollen die überhaupt fliegen? Also, wir kriegen, ähm, Unkraut. Gedingt ist null. Also, dann kann ich ganz so gut wegschmeißen. Also, dann schmeiß ich lieber alles weg. Ich schaue dann für bessere Zeiten, wenn ich auch so im Bett bin. Und nach kurz, ja. Nach arbeiten. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und so lange, dass ich die Tiere noch nicht habe und dass ich alles noch über die Biogasanlage mache, weil nachher, weil nachher, wenn ich die Biogas, also die Türen und die Türen und die Türen, das Türen und die Türen und die Türen komplett ist. Die sind jetzt abgekoppelt. Komm, wäre weg. Ja, keine Wunderwart. Ich bin schon wieder frei. Warte, ich musste dir etwas rumdrehen, sonst kommst du nicht dran. Doch, komm ich. Das ist Teamwork. Dankeschön. Bittschön. Ah. Dass die Sehmaschine so empfindlich darauf reagieren, auf die Lenkung, ist ja unglaublich. Das ist ja so. Nur voll mit Kackern. Hierfalls muss ich auch mal unbedingt mal reparieren. So, das schreckt mich jetzt. Irgendwie mal Zeit. Oh, ne. So, rutschen die Schlepper Windpilopass an. Unglaublich. So. 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 Ich habe die Jagd-Sperre. Ich muss sie jetzt wirklich weiter raushauen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Die Versus-Klaube. 70.000, die automatische Wäschung. Ja, müssen wir mal gucken. Und weil die Waschanlage wäre jetzt momentan ganz perfekte Speziale Maschinen zu waschen. Nur halt wohin. Weil, weil... Ich habe nur Angst, dass es im falschen Ort ist. Das ist mein Problem. 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 Also meine Lieben. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist mein Problem. Tschüss. Das ist mein Problem.